Leute, die Autokorrektur ist so ein kleines mieses Monster, so ein kleines mieses Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mich gerade schon mehr wie schlapp gelacht, allein schon beim Raussuchen der Dinge, die wir heute für das Video brauchen. Ihr kennt das. Ihr schreibt eine Nachricht und diese kleine verdammte Autokorrektur ersetzt einfach eure Wörter gegen irgendwelche Wörter, die ähnlich sind, aber nicht zu diesem Satz passen. So, dann gibt es allerdings noch den Fall, dass die Autokorrektur eure Wörter ersetzt gegen Wörter, die sinnmäßig zu euren Sätzen passen, diese dann aber richtig, richtig peinlich machen. Leute, ich sage es euch, die Autokorrektur ist ein kleiner mieser Verräter. Fangen wir einfach an. Ich habe mal die jugendfreundlichsten rausgesucht, weil es ging teilweise wirklich unter die Gürtellinie und naja, wir wollen ja noch ein bisschen jugendfreundlich bleiben. Es wird peinlich, aber nicht zu peinlich. Okay, doch es wird peinlich. Doch es wird definitiv peinlich. Das erste ist, Schatz, ich liege gerade in deiner Kacke und es riecht so schön nach dir. Also dann hat dieses Mädchen wahrscheinlich versucht, das zu korrigieren und dann hat es geklappt. Jacke, verdammt! Jacke! Dann stellt sich das dann immer bildlich vor, ich liege in deiner Kacke. Mmh, geil! Einfach nur geil! Also das ist einer der harmlosen Verschreiber, Autokorrektur, Korrektur, Autokorrektur, Korrektur, die ich heute rausgesucht habe. Machen wir mal weiter. Smiley! Da kommt daraufhin zurück drei Punkte. Hey Süße, bewegst du deinen Elefantenkörper zu mir? Junge, du bist sowas von tot. Okay, also er hat es dann auch gerettet und hat dann tatsächlich noch elegant draus gemacht. Stellt euch mal vor, er hätte es nicht gemerkt, dass anstatt elegant Elefant steht. Ich meine, ich bin so ein Mädchen, mich juckt das nicht. Ich denke mir dann auch schon systematisch, okay, der meint sicherlich was anderes. Aber es gibt natürlich auch Mädchen, die das dann wortwörtlich nehmen. Bewege bitte deinen Elefantenkörper zu mir. Dankeschön, wirklich, Dankeschön. Ich hoffe, ich habe euch nicht geweckt. Und dann kam zurück, wir liegen im Bett und Papa spielt an meinem Anus. Boah, warum erzählst du mir sowas? Aces. Ich meine Aces, der Laptop. Aces. Anus. Das ist wirklich ein Autokorrektur-Fail vom Feinsten. Also peinlicher geht es nicht. Aber ich glaube, das können wir definitiv noch toppen. Bist du morgen auch dabei? Meine Saugfähigkeiten werden an einem anderen Ort benötigt, Mara. Sauffähigkeiten, Sauffähigkeiten, Mann. Na gut, ob nun saugen oder saufen, ist im Endeffekt dasselbe. Das, genau das ist mir auch schon passiert. Ich habe mit meiner Mutti geschrieben und sie fragt, hey, kommst du rüber? Weil wir wohnen hier fast nebenan. Und sie fragt, hey, kommst du rüber? Und da habe ich geschrieben oder ich wollte schreiben, ich sauge nur noch schnell die Wohnung durch. Und meine Autokorrektur schreibt, ich saufe nur noch kurz. Dankeschön, Autokorrektur. Danke, danke, danke. Wirklich. Also, das hatte ich auch schon. Ich bin jetzt bei Mediamarkt. Hab auch Durchfall. Nein, kein Durchfall. Duschgel. Da wird einfach mal aus Duschgel Durchfall. Das ist natürlich auch echt klasse. Stellt euch mal vor, ihr seid im Mediamarkt mit Durchfall. Hm. Möchte ich mir nicht vorstellen. Möchte ich mir ganz ehrlich nicht vorstellen. Bist du, da läufst du, heckbetrieben. Durch den Mediamarkt mit Durchfall. Okay, wir machen weiter, jetzt wird es hier zu. Ich lasse zum Töten einfach die Sporthose an. Töten? Sag nicht, du hast wieder vergessen, dass wir das heute machen wollten. Ich habe bestimmt nicht zugesagt, jemanden umzubringen. Dann hat die Person es gemerkt. Tönen. Tönen. Haare tönen. Liebe NSA und sonstige Behörden, ich bin kein Mörder, sondern ein friedlichwinder Mensch. Herrlich. Ich habe bestimmt nicht zugesagt, jemanden umzubringen. Sehr, sehr geil. So, hier fehlt wahrscheinlich der erste Satz. Wie geht es dir? Ganz gemischt. Und dir? Das klingt nicht so schön. Ich dachte gestern, dass ich dich gerne mal wieder in den Arsch nehmen würde. Aber der Zug ist ja sicher abgefahren. Wollen wir uns trotzdem wieder zum Kaffee oder ähnliches treffen? Arm sollte das Ganze heißen. Arm. Er hat es korrigiert, aber der Zug ist wahrscheinlich wirklich abgefahren. Sie hat nicht mehr zurückgeschrieben. Tja, pur geil. Ich habe das hier übrigens auf meinem Handy, deswegen schaue ich die ganze Zeit runter. Die Autokorrektur ist manchmal schon echt lustig. So, das Nächste. Was machst du? Haare föhnen, Musik hören und meine Brüste suchen. Wie geil ist das denn? Stell dir mal vor, ein Mädchen, dass ihre Brüste sucht. Ich stelle mir das wirklich gerade bildlich vor. Also, geht gar nicht. Was meinst du? Oh, Bürste. Blöde Autokorrektur. Ja, ich sage es immer wieder. Die Autokorrektur ist unser größter Feind, die Autokorrektur hat. Menschen. So. Ähm. Ich fühle mich ein bisschen fickrig. Ich nehme gleich mal ein Bad. Aber sie hat es gleich gemerkt. Haha. Stopp. Nicht fickrig, fiebrig. Okay. Nochmal geradezu die Kurve gekriegt, würde ich sagen. Das ist natürlich auch genial. Einfach mal so, nicht mal Hallo oder so. Aber gut, man weiß ja nicht, was diejenigen vorher geschrieben hatten. Steht einfach mal so. Ich liebe Boden. Oh Gott. Und dann lacht der andere natürlich schon. Der feiert natürlich schon. Jodel meine ich. Was ist Jodel? Sagen die, meinen die Jodeln oder? Ich habe keine Ahnung. Falls du zur U-Bahn kommst, bin gerade jungfräulich. Okay. Und dann korrigiert sie auch schon direkt. Jung von Heide. Also, das muss wahrscheinlich der Ort sein. Aber als Jung von Heide wird einfach mal so jungfräulich. Und das passt aber auch immer wieder. Na, wie geht's dir? Hey, warum mit meiner Mama einkaufen? Oh je, klingt ja nicht so begeistert. Ich glaube, sie hat 20 Hoden amputiert. Ah, Hosen amputiert. Das ist natürlich auch mal echt geil. Ich stehe im Moment voll auf diese orientalischen Schlabberhonen. Was? Oh Gott, ich meinte Schlabberhosen. Auch nicht schlecht. So, jetzt einfach nur die Frage, soll ich uns gleich was kotzen? Ich würde definitiv nicht dort zum Mittag essen. Definitiv nein. So, ihr Lieben, ihr seht, die Autokorrektur ist ein kleiner, mieser Verräter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr könnt, ihr mir ja einen Daumen oben da lassen oder einen Kommentar, ob ihr euch vielleicht schon mal irgendwie auf eine Art und Weise so peinlich verschrieben habt. Oder ob euch das schon mal passiert ist oder so ähnlich. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.